Drei Dinge über das Lernen Lernen Mit jedem Video wirst du mehr Sicherheit im Umgang mit der deutschen Sprache gewinnen. Du wirst schnell merken, wie leicht dir neue Vokabeln mit diesen Videos fallen. Diese Videos helfen dir, die Sprache intuitiv zu verstehen. Diese Videos helfen dir, die Sprache intuitiv zu verstehen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.